Hey Guys, Hi Leute was geht ab? Ich wollte nur kurz ein Action Video zu meinem ähm zu Chris Travis Crunch Time machen. Und das mache ich auch jetzt. Ok, 3, 2, 1. Warte. Muss nur noch suchen. Let's go. Los geht's. Alright, 3, 2, 3, 4. These are niggas stope. Why are you sipping... A. Eyyy Barsen wir schon mal kurz in der Box Zeit! Eeey Eyyy Eeey Hey, es ist ein Kühlbus Und da soll ein Klon drin sein Eyyy Super Mario Sample Eeey Super Warum haben die Stahl zu leise? Kennst du es so laut? Ja WN WN Kine WN 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. My head burning in. West Side Bitch Boah, der ist irgendwann geil ey. Er hat sich angehört wie Junior Mafia in den 90ern. Ich glaube der ist in Campton geboren, ich guck mal nach. Ich glaube er ist in Campton geborener Typ, der Rapper. Ja ich muss mal kurz nachgucken. Chris Travis und ich Chris Brown. Ja er ist in Memphis, Tennessee in den Vereinigten Staaten geboren. Memphis, Tennessee ist er geboren. Voll krass. Ich dachte er wäre Campton oder so. Guter Mensch war dann das Reaction Video hier. Nächstes Mal machst du noch ein Reaction Video. Lass dich überraschen. Bis dann und ciao.